Die Grünschule Die Grünschule umfasst die Klassen 1 bis 4. Die Jünger und Mädchen, die am 30. Juni 6 Jahre alt sind, gehen im Herbst in die Grünschule. Hier lernen sie Lesen, Schreiben, Rechnen, Musik, Naturkunde, Turnen, Kunst, Religion, Handarbeit und allen Fremdsprachen. Die Hauptschule Die Hauptschule umfasst gewöhnlich die Klassen 5 bis 9 und bereitet ihre Schüler auf den Berufsfall vor. Nach dieser Schule können die Jugendlichen in einer Berufsschule lernen. Gute Schüler können aber auch noch die 10. Klasse besuchen und den Realschulabschluss machen. Die Realschule Die Realschule umfasst die Klassen 5 bis 10 und beginnt mit einem Probejahr. In die Realschule gehen vor allem die Schüler, die nach der 10. Klasse einen Beruf erlernen wollen. Zum Beispiel im Handel oder in der Verwaltung. Neben dem Pflichtunterricht gibt es hier verschiedene Wahlpflichtkurze, die die Schüler selbst wählen. In der Realschule lernt man nur eine Fremdsprache. Im Mittelpunkt steht hier die Ausbildung für Wirtschaft und Sozialberufe. Das Gymnasium ist die traditionelle höhere Schule in Deutschland. Es umfasst die Klassen 5 bis 13. Es gibt Gymnasien mit verschiedenen Zweigen. Das Gymnasium schließt man mit dem Abitur. Die Noten im Abitur entscheiden, ob man bestimmte Fächer an der Universität studieren darf. Die Gesamtschule In einigen Bundesländern existieren Hauptschule, Realschule und Gymnasium in Kombination. Das heißt meistens die Gesamtschule. Die Sonderschule Behinderte Schule gehen in Deutschland häufig in eine Sonderschule, wo es besondere Lernbedingungen gibt. Die Sonderschule